Um an der eigenen Lehre festzuhalten, sind Menschen bereit, ganz, ganz viel aus der Schrift zu verbiegen, zu ignorieren und weiter. Wir wollen heute ein kurzes Beispiel zeigen von Leuten, die sagen, Jesus ist Gott und bereit sind, dafür die Schrift massiv zu missbrauchen, muss man einfach genauso sagen. Und es geht um die Frage, wenn Jesus Gott ist, dann müsste er doch allwissend sein. Jesus sagt ganz, ganz klar, dass er die Stunde nicht kennt. Doch statt die Worte von Jesus als Wahrheit zu akzeptieren, sagen sie lieber, na, 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 das stimmt nicht, Jesus kennt den Tag. Ich beweise es dir, da sieht man, nicht mal die Worte von Jesus sind kraftvoll genug, dass sie von ihrer Position abweichen. Die Bilderserie, die ich euch zeige, ist tatsächlich eine Argumentation auf TikTok vom Account Fabri. Und der benutzt als Argument dann als allererstes Apostelgeschichte 17, Vers 31, da sieht man, wie groß diese Blindheit ist. Sie nehmen nur den Vers 31, lesen natürlich nicht den Vers mit, der davor ist, der aufklärt, worum es da geht. Ich lese aber das Ganze mit, weil der Kontext sehr hilfreich und heilsam ist. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buß tun sollen. Weil er, hier geht es um Gott, er einen Tag festgesetzt hat. Der Vater hat einen Tag festgesetzt. Gott hat einen Tag festgesetzt, weil er die Stunde kennt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann. Nicht als ein Mann, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, den Gott dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn aufweckt hat aus den Toten. Und also diese ganz klare Missachtung der Schrift. Jesus sagt, ich kenne die Stunde nicht, der Vater allein kennt die Stunde. Sie sind lieber bereit, die Worte von Jesus zu verspotten. Sie sind lieber bereit, die Worte von Jesus zu ignorieren, zu relativieren. Apostelgeschichte 17, Vers 31 komplett auszublenden, was davor passiert ist, wer da spricht und so weiter. Hauptsache, sie müssen nicht von ihrer Position weg. Und als nächstes, wer kommt zurück und wird richten? Natürlich der Herr Jesus. Jesus selbst hat den Tag festgelegt. Und das beweisen sie anhand von der Apostelgeschichte 10. Und auch da wollen wir kurz in den Kontext gucken, ob das denn stimmt, was dort steht. Und dort steht, ich lese ab Vers 40 vor, Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Erstmal soweit die Apostel, die Jesus gesehen haben, unterscheiden zwischen Gott und Jesus. Ja, warum sollten wir das anders machen? Und dann der angebliche Beweis, er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Er ist von Gott bezeugt, deshalb kennt er die Stunde. Er ist von Gott bezeugt, deshalb weiß er, wann er richt wird. Nein, er weiß, dass er von Gott zum Richter bestimmt ist. Aber da sieht man, wie dreist man teilweise ist, bevor die Leute sagen, okay, du hast ein Point, du hast schon recht mit dem, was du sagst, das ist ein Punkt, wo er euch nachdenken sollte, wollen sie lieber die Worte von Jesus relativieren. Ich möchte noch mal zitieren. Na, 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 das stimmt nicht, der Herr Jesus kennt den Tag. Und wir wollen dazu natürlich noch mal die Worte von Jesus hören. Dazu lesen wir aus Matthäus 24, Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Nee, 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 das stimmt nicht. Nee, nee, hat Jesus gesagt. Das ist krass. Also diese unermessliche Blindheit, dass es da nicht auffällt. Spätestens müsste man es doch merken. Aber da sehen wir tatsächlich, was in diesen Herzen passiert. Sie sind blind. Und sie sagen lieber bei der Lehre des Christus. Nee, das stimmt nicht, bevor sie selbst sehen, okay, ich habe mich da geirrt. Und da wollen wir noch einmal kurz gucken, was bedeutet es, aus der Lehre des Christus zu fallen. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Wer aber in der Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. In 2. Johannes 1, Vers 9. Das ist ein ganz schönes Brett. Und da sieht man tatsächlich diese Blindheit. Sie sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit, das zu lesen, was dort steht. Sie können es teilweise nicht und misshandeln wirklich die Worte von Jesus. Sie sagen lieber, nee, nee, das stimmt nicht, bevor sie das anerkennen. Und dementsprechend muss man einfach sagen, Jesus hat Recht und Jesus sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Johannes 14, Vers 1.